In dem Haus hier waren wir doch schon mal, oder zumindest in so einem ähnlichen. Oh, was? Nee, echt? Oh, was? So verbringt irgendwas. Oh, was? 50? Hast du gehört, Alter, ich bin so voll fertig, dass wir haben 50 Comfort-Ringe? Die sind echt, die sind echt Gängste, Alter. Alter, ich hab die erste Comfort-Ringe gebrochen, als ich das Dose nicht in den Kopf geworfen hab. Wo soll ich denn? Oh! Shit, 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 hast du ganz gechillt an der Wand rum. Hm. Oh, ne, sind wir wieder da, ne, sind wir wieder da, ne, sind wir wieder da. Sag mal, wir haben das jetzt schon dreimal down gemacht. Äh, zweimal down gemacht. Und dann auch ohne Raketenwerfer, weißt du? Weißt du, die kommen beiden, die sind ja nicht mehr auf unserer Seite. Das muss mir wieder scharren zu, meine. Wow. Wow, ah, das Teil, das Teil, das Teil, das Teil. Oh, wir haben ja wieder Minen. Oh, das Teil vom Auto ist klar. Oh, fuck, ey. Logs mal zu mir. Ja, die Mina hat's freigebracht. Oh! Fuck's. Kannst du mal deine Minen legen, oder? Ja. Äh, lock das mal nach da vorne. Fuck. Geh mal ins Gewehr. Ah, das geht nicht. Warte, 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 warte. Ey, er fußet schon, Alter. Das muss doch gleich erstaunt sein, ne? Ja. Endlich, ey. Oh, Kanado, 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 Kanado. Das sind deine oder was? Da oben ist nur einer. Die streuen halt so viel die Schüsse. Du bist tot, ne? Ah, ich bin tot. So, ich glaub davon gab's noch ein bisschen herauf. Oh, hier ist die Muni. Nice. Oh, die Musik. Die Musik sagt, es geht das Ende zu. What the fuck? Ist das da oben einer von uns? Ja, ne? Oh. Oh. Warte mal, bis du die Tür aufhörst. Oh man, noch ein Elektroschloss. Oh, schon zurück? Immer schlagfertige Antworten. Zurück. Alter, hier ist Nightmare House 2. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, dann... Oh, nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich dachte hier drin, wenn wir safer waren, scheint nicht. Okay, ich habe eine Idee. Genau, geh du vor. Oder ich werde hinterhergeportet. Das kann auch passieren, aber... Ansonsten glaube ich eine Granate. Du Wichser, ey. Alles geplant, Alter. Alles geplant. Ich bin so ein Arsch. Ich bin so ein Arsch. Ich bin so ein Arsch. Und dann hat er gut die Granate inhergeworfen. Oh, geile Aktion. Geile Aktion. Oh, das hier ist doch der scheiße Aufzug aus Nightmare House. Oh, oh, oh. Alter, ich habe... Alter, was ist das denn für ein Screen? Was ist das denn für ein Screen? Ich sehe nichts mehr. Siehst du irgendwas? Ja, ja. Ich habe einen karrierten Screen. Alles klar. Ich ertrink mal. Oh, okay. Oh, ja. Oh, das ist ein Kuss. konno sonder ist gleich neu ah ne muss doch nicht neu starten oder höre ich was nein was soll sich von den bahnis hochziehen lassen da ist der leiter nämlich ja anscheinend doch oder eigentlich kann es auch rüberspringen können aber schon das abspringen von der leiter ist immer ein glücksspiel da unten ist eine mine drin ja genau das hat wieder funktioniert ja was jetzt so ist aber hier schluss ok